Der Präsident der Intensivmediziner, Klaus Marktstaller, richtet am Montag in der Sitzung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit Landeshauptleuten und Opposition einen dramatischen Appell an alle Anwesenden. In zwei bis drei Wochen drohe eine Minderversorgung im Spitalsbereich. Wenn man eine Trendumkehr schaffen wolle, müsse man jetzt agieren. Die Zeit laufe ab. Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt den Oppositionschef, also Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer und Beate Meinl-Reisinger, dass er für sich weiß, was man machen sollte. Aber das werden dann die Länder entscheiden. Tatsächlich wollte der Kanzler im Osten Österreichs nach Ostern E-Learning in den Schulen anbieten. Der Gesundheitsminister erklärt den Landeshauptleuten, dass die Lage in Ostösterreich, also Wien, Burgenland und Niederösterreich, dramatisch sei. Und dass es jetzt darum ginge, eine harte Triage zu verhindern. Die Regierung schlug einmal mehr eine regionale Vorgangsweise an. Das Infektionsgeschehen sei in Österreich sehr unterschiedlich. Im Osten würde es dringenden Handlungsbedarf und keinen Spielraum für Öffnungen geben. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil war erstmals seit Wochen wieder persönlich bei der Sitzung anwesend. Er regt sich über Massen in den Einkaufszentren auf. Und er drängt auf Öffnungen der Scharnigärten in Hotels. Er stellt sich ebenso wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner gegen das E-Learning. Und alle drei Landeschefs bleiben bei ihrer Position die Scharnigärten zu öffnen. Gegen 17.15 Uhr endet der Gipfel de facto ohne Ergebnis. Der Gesundheitsminister wird in den kommenden Tagen eine eigene Sitzung mit Wien, Niederösterreich und Burgenland abhalten, um sie doch noch zu Verschärfungen zu überreden. Denn in diesen drei Bundesländern sind die Intensivstationen bereits sehr am Limit. Fixiert wurde zumindest, dass es jenseits von Vorarlberg keine Öffnungen von Scharnigärten geben werde. Zudem will man das Testen nun angenehmer machen und daher auch Selbsttests in den Teststraßen anbieten. Überhaupt will man das Testen nun ausbauen. Als neues Kriterium für Lockerungen oder Verschärfungen will man neben der Inzidenz und den Intensivkapazitäten künftig auch die Durchimpfungsrate der über 50-Jährigen als Bewertung nehmen.